I'm coming home, up into the sky I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Heute ein Mann, den ich im Internet entdeckt habe, in einer so abgefahrenen Doku, dass ich mir gesagt habe, da möchte ich mit ihm drüber sprechen. Er ist Motivationstrainer und Businessman und so viel mehr. Herzlich willkommen, Oskar Karim. Wie geht es dir und wo bist du? Ja, vielen Dank für die Einladung, Nico. Ich bin hier in meinem Büro. In welchem Land bist du gerade? Ich bin hier in Österreich. Hat da deine Karriere auch begonnen? Da hat meine Karriere auch begonnen, ja. Also ich wäre oft als Deutscher wahrgenommen, das bin ich nicht. Also ich bin in Wien geboren und lebe hier schon seit, ja, seitdem ich auf die Welt gekommen bin. Du bist mir aufgefallen, weil ich irgendwie diese Reportage entdeckt habe. Die geht, glaube ich, knappe zwei Stunden, glaube ich sogar. Du wirst begleitet von einem Kamerateam und es gibt wahnsinnig tolle Bilder von wunderschönen Orten. Das ist aber tatsächlich eher das Nebensäglichste. Es geht um dich und deine Ansichten. Wie ist es damals zu dieser Reportage gekommen? Sind die Menschen auf dich zugekommen? War es deine Idee? Wie kam es? Nun, es war jemand, der mich angeschrieben hat. Also es war kein Kamerateam, sondern es war jemand, der mich einfach angeschrieben hat. Und ja, ich habe mich auf dieses Experiment eingelassen, denn das war es im Endeffekt. Ich wollte einfach wissen, was dabei rauskam. Und für mich war, also ich war nur bereit, das zu machen unter einer Bedingung, dass ich natürlich die ganzen Rechte habe. Und wenn ich das mit der Öffentlichkeit teile, dann über meinen YouTube-Kanal. Ja, damals hatte ich noch keinen, aber das war so die Bedingung. Und für mich war das Ganze ein Experiment, wie das Ganze ankommt. Denn ich hatte 2016 ja schon vor, auf Social Media zu gehen und das zu machen, was ich jetzt gerade tue. Bist du zufrieden mit dem Experiment? Ja, absolut. Absolut. Also es ist, ich will nicht sagen, es hat mich jetzt überrascht, sondern es war schon mein Ziel, dass diese Doku, nicht die Reportage, es ist eine Doku, wobei es ja gar nichts mit einer Doku zu tun hat, aber aus marketingtechnischen Gründen hat man das jetzt einfach mal Doku genannt. Und ich war schon, also ich habe das vorausgesetzt, dass, beziehungsweise bin davon ausgegangen, dass das Ganze eine Million Views bekommt innerhalb der ersten zwölf Monate und habe jetzt nichts anderes erwartet. Allerdings war ich von dem Ergebnis überrascht. Denn die Menschen, ich sage mal 90 Prozent davon, haben irrsinnig positiv reagiert. Und was viel interessanter für mich war, waren die Ergebnisse, die die Menschen mit diesen, ich sage mal, doch spärlichen Informationen in ihrem Leben erzielen konnten. Also ich bekomme ja heute noch täglich Nachrichten von Menschen, die mir ihre Story erzählen, was bei ihnen seit dem Video in ihrem Leben eben passiert ist. Also da gibt es die wildesten Stories, die würde man mir wahrscheinlich an der Stelle gar nicht glauben. Aber das ist etwas, was mich tatsächlich überrascht hat. Und ich fand es abgefahren. Also du hast natürlich viele einzelne Aspekte des Reichseins in den Vordergrund geschoben. Die Leute sind ja seit jeher daran interessiert, warum werden manche Menschen reich und ich nicht. Diese klassische Opferrolle, die bei dieser Fragestellung ganz gerne sofort eingenommen wird. Und du erklärst aber von Anfang an, es gibt prinzipiell erstmal gar keine Unterschiede. Jeder kann reich werden, wenn er bestimmte Mittel eben verfolgt. Für mich einer der spannendsten Momente war, als du den Kameramann, den Menschen, der das da gemacht hat, gefragt hast, wie er wohnt. Denn du wolltest ihm verdeutlichen, dass Leute glauben, wenn sie ein Haus haben, sind sie finanziell unabhängig. Das ist ja nun nicht ganz so. Also das Video heißt 10 Dinge, die Millionäre verstehen und arme Menschen nicht wissen. Und es gibt nur einen einzigen Unterschied, der arm und reich unterscheidet. Und das ist die Denkweise. Das ist der einzige Unterschied, der diese beiden Kategorien von Menschen unterscheidet. Und die Gesellschaft, das Paradigma der Gesellschaft, der gegenwärtigen Gesellschaft, glaubt, dass es besser ist, ein Haus zu haben, als jetzt zum Beispiel Miete in einer Wohnung zu bezahlen. Das bedeutet also, sie glauben, dass sie einfach durch das, dass sie den Kredit abzahlen, im Endeffekt günstiger kommen, als wenn sie jetzt zum Beispiel eine Wohnung einfach bezahlen, wo sie gar nichts davon haben, sondern einfach die Miete weggeht. Der Punkt ist nur, dass ich ja im Endeffekt nur arbeiten gehe, um dieses Haus abzubezahlen. Das, was ja in Wahrheit gar nicht mir gehört, sondern es gehört der Bank. Niemand anderen gehört dieses Haus. So, nach 20, 30 Jahren ist ein Haus natürlich renovierungsbedürftig. Und da fängt das ganze Spiel, ich will nicht sagen von neu an. Aber nach 20, 30 Jahren habe ich gerade mal, wenn es gut geht, diesen Kredit fürs Haus abbezahlt. Und dann muss ich natürlich mit gebückter Haltung wieder zur Bank gehen und um einen neuen Kredit betteln. Denn ich konnte mir sehr wenig bis gar kein Geld auf die Seite scheffeln, denn ich habe für was? Für das Haus gearbeitet. Und das ist ein, ja, das ist ein großer Irrglaube der gegenwärtigen Gesellschaft, dass ein Haus besser ist, als in einer Wohnung Miete zu bezahlen. Es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Bücher, die das alles erklären, ja. Es gibt unzählige, eins zum Beispiel, denke nach und werde reich. Und letztendlich steht in vielen Büchern genau das drin. Es kommt immer auf die Denkweise an. Jetzt steht das so offen da und es gibt wahnsinnig viele Beweise dafür weltweit, die jeden Tag beweisen, dass das stimmt. Was meinst du, warum so viele Menschen das trotzdem nicht glauben oder glauben können? Es hat nichts mit Glauben können zu tun, sondern es hat etwas mit Glauben wollen zu tun. Denn das Eingeständnis eben, dass es die Denkweise ist, würde ja bedeuten, dass man sein Allerwertesten hochbekommen muss, um eben die Dinge zu tun, die man nicht tun möchte, um das zu bekommen, was man eigentlich haben möchte. Und genau das ist der Grund, weil die Menschen einfach in der Komfortzone verweilen möchten und dann eben sagen, na gut, der hat ja nur Glück gehabt, ja, ich könnte das ja gar nicht. Und das ist der Grund. Also es geht gar nicht um Glauben können, sondern es geht um Glauben wollen. Sie wollen es nicht glauben. Und mich macht das immer sehr traurig, weil das hat nämlich meist zur Folge, dass die anderen, die auf dem Weg nach oben sind, die eine Idee und eine Vision haben und diese verfolgen, sagen, nee, 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 komm, du, das klappt eh nicht. Das schafft kaum einer. Du hast es sicherlich auch schon ganz oft zu hören bekommen. Was empfiehlst du, wenn Leuten genau in dieser Situation sind und anfangen, an sich zu zweifeln? Was ich empfehle, das allererste, was ich empfehle, ist, die Umgebung zu wechseln. Und die Umgebung beinhaltet einerseits das Umfeld, also sprich die physischen Menschen, auf der anderen Seite die Dinge, die ich in mein Gehirn reinlasse. Also alles, was ich konsumiere an Informationen, ich meine wirklich alles, dazu gehören die Bücher, die ich lese, Magazine, die ich lese, die TV-Serien, die ich schaue, überhaupt alles, was ich im Fernsehen an Informationen konsumiere. Also alles, was ich über die fünf Sinnesorgane aufnehme, dass ich diese Umgebung eben wechsle, um einfach andere Glaubenssätze zu bekommen, um einfach zu sehen, dass es doch nicht ist. Weil diese Informationen, plus natürlich die physischen Menschen, die einem ja auch Informationen zutragen, machen das Ganze nicht besser, sondern sie sind der Grund, warum Menschen solche Glaubenssätze haben. Sie sind der Grund. Und das ist das Erste, was ich jemandem empfehle. Wenn du was verändern willst, musst du bei dir anfangen. Und bei dir anfangen heißt natürlich auch, die Umgebung zu verändern. Und diesen Schritt, den wollen viele nicht gehen, aus Grund von Angst. Sie haben Angst, weil die Zukunft ist natürlich ungewiss und sowas löst natürlich immer ein bisschen Angst aus. Aber wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue Tür. Und hinter der neuen steckt immer etwas Besseres als hinter der alten Tür. Und Angst ist schlussendlich die Ursache dafür, dass Menschen nicht das tun, was sie tun sollten oder tun könnten. Und hattest du Schwierigkeiten, deine Ängste anfangs zu überwinden? Ja, klar. Ich hatte Schwierigkeiten, meine Ängste zu überwinden. Also bei mir war das so, wie ich angefangen habe. Ich kann es schwer erklären. Also es hat sich so angefühlt, als wenn mich irgendwas daran hindert, irgendetwas in mir, was mich eben permanent zurückzieht. Weil auf der einen Seite wollte ich Geld verdienen. Auf der anderen Seite hatte ich Angst, jetzt mit Menschen zu sprechen oder Menschen irgendetwas zu verkaufen. Weil ich auch Verkauf als etwas Negatives assoziiert habe. Das heißt, es war das ganze Zeit dieses Hin und Her in einem, dieser innere Konflikt, der in mir da einfach herrschte. Also mit anderen Worten, das Unterbewusstsein und das Bewusstsein. Das Bewusstsein wollte neue Dinge, wollte Dinge haben, wollte Geld verdienen, wollte eine charismatische Persönlichkeit werden. Beziehungsweise mehr Selbstbewusstsein bekommen. Aber das Unterbewusstsein wollte so bleiben, wie es ist. Das heißt, dieser innere Kampf ist der Kampf, den die meisten Menschen jeden Tag mit sich führen. Es ist wie beim Tauziehen. Und wenn man etwas verändern will, ist das ja eine bewusste Entscheidung. Und man macht dann eben bewusste Dinge. Aber diese alten Gewohnheitsmuster, diese alten Verhaltensmuster, diese alten Denkmuster, die ziehen einen immer wieder zurück. Weil das Unterbewusstsein möchte nichts verändern. Das ist der Grund. Und es ist ein hartes Arbeiten an sich selber. Und das Problem ist, dass viele Menschen aus dem aktuellen Umfeld ja auch nicht wollen, dass der Mensch, den man kennt, sich verändert. Weil man ja auch dann wahrscheinlich sagen müsste zu sich selbst, okay, da geht wohl doch mehr als der Job, den ich seit 20 Jahren mehr oder weniger gerne mache. Musstest du dich von vielen Leuten aus deinem Leben trennen? Ja, permanent. Ich habe mich auch dieses Jahr wieder vom Menschen getrennt. Also es ist, das Leben ist, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Es hat jedenfalls ein sehr weiser Mensch einmal gesagt. Das Leben ist wie eine Zugfahrt. Es steigen viele ein und steigen viele aus. Und nur wenige fahren mit bis zur Endstation. Ja, sehr gut. Aber du, ich kann dem auch nur zustimmen. Also wenn man toxische Menschen in seinem Umfeld hat, wenn ihr beim Zusehen auch bergst. Es gibt so ein paar Leute, die mich immer bremsen und die immer sagen, nee, du schaffst das nicht. Hau die raus. Du wirst es nie bereuen, diese Leute nie wiederzusehen. Die haben auch so völlig unsinnige Vergleiche. Zu mir hat mal jemand gesagt, als ich der Person von vielen Jahren von der Grundidee dieses Formats erzählt habe, hat sie gesagt, du und moderieren, das gibt doch schon Joko und Klaas. Ja, da habe ich natürlich alle Moderatoren dieser Welt angerufen und gesagt, hör sofort auf zu moderieren. Es gibt ja schon zwei, die moderieren. Jetzt kann kein anderer mehr moderieren. Diese Person meinte natürlich lustigerweise sich selbst. Deswegen, wenn ihr eine Idee habt, folgt dieser. Und dann ist, glaube ich, nur noch das Durchhalten die größte Schwierigkeit. Und die schafft man, wenn man Bock drauf hat. War Durchhalten für dich irgendwann auch mal schwierig? Durchhalten war mehrmals für mich schwierig. Denn ich habe ja nicht nur Höhen erlebt, sondern auch sehr viele Tiefs erlebt. Und gerade bei den Tiefs ist es, ehrlich gesagt, sehr schwierig durchzuhalten. Aber weißt du, was Erfolg ist? Erfolg ist im Endeffekt dieses konstante Tun. Das sind eben diese scheinbar unbedeutenden Moment-zu-Moment-Entscheidungen, die man permanent jeden Tag, jeden einzelnen Tag trifft. Und im Endeffekt ist das eben die Antwort darauf, was Erfolg ist. Weil diese kleinen, scheinbar unbedeutenden Moment-zu-Moment-Entscheidungen, die lösen ein unglaublich dramatisches, großes Ergebnis aus. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche, sondern langfristig gesehen. Man könnte auch sagen, jetzt der Compounding-Effekt ist es. Aber das ist die Antwort darauf, wie Erfolg funktioniert. Und ich glaube, sehr viele Menschen haben da falsche Vorstellungen, weil sie natürlich Hollywood-Filme sehen, sie lesen es in Büchern. Das klingt alles so toll und vor allem klingt es sehr spannend. Die Wahrheit ist allerdings, dass das Ganze sehr unsexy ist. Und oft auch mühsam, oft eintönig und manchmal auch sehr frustrierend ist. Aber am Ende des Tages wird man, also am Ende des Zeitraums, wird man dann aber trotzdem belohnt. Wenn man wirklich jeden Tag, jeden einzelnen Tag, die Dinge tut, die auch keinen Spaß machen. Weil da glaube ich, speziell über Social Media, über diese Fake-Welt, die wir uns da selber erschaffen haben, haben sehr viele ein falsches Bild davon, wie Erfolg funktioniert. Und sehr viele suchen eben nach Abkürzungen, nach der magischen Pille, nach dem einen Knopf, nach einem Geheimnis, das eine 2000 Jahre alte Schattengesellschaft hier irgendwo behütet, dass man finden muss oder, oder, oder. Aber so funktioniert es halt nicht. Weißt du, es ist wie in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Phase. Die Menschen fragen mich gestern erst, wie ich zu dem Porsche komme, warum ich in den Porsche fahre. Nun, ich war der Einzige, der Allereinzige in dieser Lockdown-Phase, in einem Bürokomplex, wo, ich weiß nicht, 30, 40 Firmen eingemietet sind, der in der Lockdown-Phase von früh bis abends im Büro war. Es war kein Einziger da. Und dann fragen mich die Menschen, wie ich mir so einen Porsche leisten kann. Weißt du, sie sehen immer nur das Ergebnis vorne, das, was man eben vorne sieht, aber nicht das, was dahinter steckt. Das ist das, was niemand sieht und auch niemand sehen will. Ja, das finde ich auch immer interessant, wenn sie auch denken, wir nehmen Julia Roberts, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Die Hälfte sagt, die hat Glück gehabt. Die andere hat gesagt, das ist nur, weil sie gut aussieht, dass sie aber Schauspiel gelernt hat und sich da durchgekämpft hat und täglich an sich arbeitet. Und eben auch dann, wenn man nicht hinguckt, der unsexy-Bereich, das sehen die Leute immer nicht. Und deswegen finde ich es so krass, dass sie dann denken, Mensch, bei dir wahrscheinlich auch Oskar Karim, der kam ja über Nacht. Wer weiß, wo der sich eingekauft hat. Du hattest in einem anderen Interview angedeutet, dass du ziemlich hart übers Ohr gehauen wurdest von ehemaligen Mitkämpfern, Leuten, die glücklicherweise mittlerweile aus dem Zug ausgestiegen oder von dir rausgeschmissen wurden. Magst du uns an einer Geschichte teilhaben lassen, bei der du heute sagst, scheiße, das hätte ich eigentlich irgendwie eher ahnen müssen? Das ist sehr, sehr oft passiert, weißt du. Ich bin jemand, der liebt es, neue Dinge aufzubauen. Und ich bin auch jemand, der heute vielleicht nicht mehr so, aber trotzdem immer noch nicht sehr schnell vertraut. Aber wenn er vertraut, dann vertraut er zu 100%. Und das ist natürlich Fluch, aber auch Segen gleichzeitig. Und das hat mich immer wieder in solche misslichen Lagen gebracht. Aber im Endeffekt bin ich natürlich selber schuld. Der Einzige, der an der Sache schuld ist. Ja, ich könnte jetzt viele Storys erzählen. Ich könnte auch von dem Jahr, vom vorigen Jahr erzählen. Also es passiert mir natürlich immer wieder. Und es sind einfach Dinge, die dazugehören. Aber ich glaube, so der, ja, der härteste Schlag ins Gesicht war, als ich knapp 25 Jahre war und eine Firma übernommen habe, eine amerikanische, die bei der Bank of America knapp eine Million, nämlich 826.000 Dollar Schulden hatte. Und ich habe halt nur die positiven Dinge gesehen, die man mir da vorgelegt hat. Aber diese Schulden wurden mir da verheimlicht. Ich habe das Ganze übernommen und musste natürlich auch dann privat für diese Schulden haften. So, und dann bin ich eben draufgekommen, dass die Firma, ja, dass das alles sehr schön gefälscht wurde, diese ganzen Zahlen und Bilanzen und so weiter. Und dass die Firma ja nicht einmal ein funktionierendes Geschäftsmodell hatte. Das heißt, ich hatte nichts, nochmal nichts, keine Firma, die, also gar nichts im Endeffekt aussah, die Schulden. Und da war ich natürlich, ja, in dem Moment pleite. Arm war ich nie, aber ich war pleite. Und bin ich auch ganz kurz in ein Loch gefallen, muss ich auch ehrlich zugeben. Und es war schon schwer, da rauszukommen, aber mental rauszukommen. Aber als ich mich wieder gefangen habe und für mich wieder realisiert habe, dass das alles nur eine Kopfsache ist, war ich zwei Jahre später wieder da. Zwei Jahre später habe ich nicht nur die Schulden abbezahlt, sondern habe das ganze Ding auch für eine halbe Million verkauft und war wieder im Game. Das heißt, in zwei Jahren 1,2 Millionen im Endeffekt erwirtschaftet. Weil das war schon ein harter Schlag ins Gesicht. Und sowas ist mir mehrmals passiert, denn ich war immer der, der gesagt hat, komm, lass uns das aufbauen. Weil ich habe immer oder sehr oft mit anderen Menschen zusammengearbeitet, weil ich meine Schwächen kenne. Meine Schwächen sind das ganze bürokratische Zeug, die ganze Verwaltung. Ich bin der Stürmer am Feld. Ich bin der Stürmer, der nach vorne prescht und der klassische Bilder, der die Dinge aufbauen möchte und sagt dann, alles andere schauen wir uns dann im Nachhinein an. Alles andere regeln wir dann. Und wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die noch nie in ihrem Leben viel Geld verdient haben und das allererste Mal Erfolge in ihrem Leben atmen, dann ist es natürlich im Nachhinein schwer, irgendwas zu regeln. Das war natürlich dann öfter der Fall, dass ich eigentlich gar nichts besessen habe. Derjenige, mit dem ich diese Firma gegründet habe, war 100% Gesellschafter, Geschäftsführer und ich hatte im Endeffekt gar nichts. Und das ist mir mehrmals passiert, aber selber schuld. Also wenn man einmal einen Fehler macht, ist es ja menschlich. Wenn man zweimal einen Fehler macht, ist es Dummheit. Und wenn man dreimal einen Fehler macht, dann kann man dazu gar nichts mehr sagen. Und manche brauchen einfach öfter einen Schlag ins Gesicht, bis sie daraus lernen. Aber ich habe daraus gelernt. Und heute passiert mir sowas natürlich nicht mehr. Aber das ist der Grund, warum es immer wieder mal einen Schlag ins Gesicht gegeben hat und warum ich immer wieder Tiefs erlebt habe. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du immer wieder dich rausgekämpft hast. Bei diesem Moment, als du in diesem tiefen Loch warst, an wen hast du dich gewendet? Wer hat dir Halt oder Zuversicht gegeben? War es ein Mentor? War es vielleicht jemand aus der Familie? Oder war es das ganz allein du? Niemand. Ich hatte nie irgendjemanden, der mir in meinem Leben irgendwo geholfen hat. Also mit Geld konnte mir meine Familie nie helfen, sondern wenn dann nur mit Zuspruch. Aber Mitleidzuspruch ist das, was ich in solchen Situationen natürlich am wenigsten brauche. Sondern was ich in dem Moment brauche, ist einen klaren Kopf. Auch Geld hilft mir in solchen Situationen nicht weiter. Das, was dir in diesen Situationen weiterhilft, ist ein klarer Verstand. Und was ich gelernt habe für mich, ist, dass wenn Probleme in dein Leben kommen oder beziehungsweise Herausforderungen in dein Leben treten, dass man speziell dann, speziell wenn es große Herausforderungen sind, zwei, drei Schritte zurückgehen soll, um das Ganze aus einer anderen Perspektive aus betrachten zu können. Das Ding ist nämlich, wenn du die Sichtweise auf eine Situation änderst, dann verändert sich auch die Situation. Und das habe ich aus diesen Ereignissen für mich mitnehmen können. Und das habe ich für mich gelernt. Und jedes Mal, wenn es scheint, dass es eine große Herausforderung gibt, nehme ich mich zurück, schalte einfach mal zwei, drei Tage wirklich ab, ohne Handy, ohne Laptop oder irgendwas, sammle mich und plötzlich wird alles klar. Plötzlich bekomme ich ein klares Bild. Der Fokus wird wieder laserscharf und ich weiß sofort, was ich tun soll. Und du hilfst den Leuten mit ganz kleinen Kleinigkeiten, könnte man meinen, wenn man es hört. Aber du hast gerade gesagt, es gibt einen Fehler, den ganz viele Leute machen. Und zwar denken sie, hey, wenn ich eine Geschäftsidee habe, dann läuft es irgendwie von allein. Aber das ist natürlich falsch, weil der entscheidende Faktor fehlt. Nämlich was? Ja, es gibt mehrere Faktoren, aber der allerentscheidendste Faktor ist die Denkweise, das Mindset. Aber nicht das, was man weiß, sondern was man mit dem, was man weiß, tut. Um das geht es. Ausschließlich um das geht es. Das ist der Faktor Nummer eins. Und weißt du, du bist im Leben für drei Dinge verantwortlich. Weil mir auch natürlich oft Menschen sagen oder beziehungsweise bei Instagram schreiben und so weiter, ja, Oskar, du sagst immer, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist für sein Leben verantwortlich. Aber ich bin doch nicht verantwortlich, wenn es einen Verkehrsunfall gibt oder wenn ein Tornado mein Haus zerstört oder solche Dinge. Da bin ich doch nicht verantwortlich. Das ist richtig. Für Dinge, die man nicht beeinflussen kann, ist man nicht verantwortlich. Aber für drei Dinge ist man immer verantwortlich. Für die Dinge, die man tut, aber auch für die Dinge, die man nicht tut. Denn sehr viele Dinge im Leben haben eher mit den Dingen zu tun, die man tun hätte können oder tun hätte sollen und nicht mit den Dingen, die man getan hat. Und der dritte Umstand ist, wie man auf eine Situation reagiert. Denn sehr viele Menschen haben Schreckliches erlebt in ihrem Leben, sehr Grausames und führen trotzdem ein wunderschönes Leben. Nicht, weil sie das erlebt haben, weil sehr vielen Menschen ist das auch passiert. Nein, sondern weil sie auf diese Situation entsprechend reagiert haben. Also, wie reagiere ich auf eine Situation? Das sind die drei Umstände, für die jeder Mensch im Leben verantwortlich ist. Was war das Beste, was du nie getan hast? Das Beste, was ich nie getan habe, das ist eine Frage mit einem Widerspruch. Das kann ich ja nicht beantworten. Also, es gab ja bestimmte Möglichkeiten, die du bekommen hast, bei denen du dann glücklicherweise gesagt hast, nee, das mache ich nicht. Nö, muss ich ehrlich sagen, Nico, das mache ich nicht dabei. Also, es gibt nichts, was ich bereue, nicht getan zu haben. Also, wenn eine Chance in mein Leben getreten ist, dann habe ich sie auch erkannt und vor allem auch genutzt. Jede einzelne Chance. Und es gibt nichts, was ich irgendwo bereue. Wirklich gar nichts. Es gibt nichts, was ich ausgelassen habe. Ich bin ein Mensch, der der Risiko nicht scheut, der Konflikt, der nicht scheut. Und deswegen erkenne ich die Chancen auch und vor allem viel wichtiger, deswegen nutze ich die Chancen auch. Also, es gibt wirklich nichts, was ich ausgelassen habe, wo ich sage, das hätte ich machen können, das wäre besser gewesen. Sogar die Sache, wo ich diese Firma übernommen habe, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Ich bin froh darüber. Ja, es waren zwar harte Jahre, aber dieses Ereignis hat mich extrem nach vorne katapultiert hier oben. Das war ein ausschlaggebender Punkt in meinem Leben. Das war ein ausschlaggebender Moment. Deswegen bin ich für das dankbar und ich würde alles, alles genau so wieder machen, ohne eine einzige Abkürzung zu nehmen. Auf deiner Homepage kann man sehen, es ist ein Buch in Arbeit. Also, man muss sich ja im Leben Ziele setzen und braucht natürlich auch immer einen Plan, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Der Plan, den muss man aber im Laufe der Zeit immer wieder anpassen. Das Ziel ist es aber trotzdem immer noch, dieses Buch rauszubringen. Denn Corona hat den Plan ein bisschen verändert und deswegen bin ich drei Monate hinten nach. Das bedeutet also, ich werde nächstes Jahr im ersten Quartal dieses Buch rausbringen, weil geplant war ja um die Weihnachtszeit von diesem Jahr. Aber, tja, es sind halt Dinge in mein Leben getreten, die ich nicht beeinflussen konnte. Und die haben mich da, was das Buch betrifft, drei Monate nach hinten geschmissen sozusagen, hat das ganze Buch drei Monate nach hinten verlagert. Aber ja, ich schreibe dran und nächstes Jahr werde ich dieses Buch auf den Markt bringen. Und ich denke, es wird viele Leute geben, die sagen, na endlich, weil ich glaube, gerade durch die Reportage hast du viele neugierig gemacht. Es ist nicht so, dass du bei der Reportage dich irgendwie kurz gehalten hast, warum auch. Aber trotzdem hast du die Parts so gut angesprochen, dass ich auch gedacht habe, als es zu Ende war, schade, da hätte eigentlich noch mehr kommen können. Und das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann. Ich habe das immer zum Frühstück geguckt tatsächlich. Du hast mich eine ganze Weile beim Frühstück begleitet. Ja, es war ja auch mehr. Also das eineinhalb Stunden Sprechmaterial wurde ja nicht reingenommen. Das sind dann Themen gewesen, die hätten zu dieser Doku nicht reingepasst. Das waren private Themen, es waren Themen über Religion, über Politik. Es waren sehr, wie soll ich sagen, heikle, sensible Themen auch. Und die hat man bewusst dann nicht reingenommen. Aber normalerweise würde das Ding vier Stunden oder hätte das Ding vier Stunden gedauert. Und hättest du denn Lust, nochmal einen zweiten Teil zu drehen oder ist das für dich damit in der Form abgeschlossen? Lust schon, Zeit ein bisschen weniger. Ich hatte auch hier und da den Eindruck, dass die Gedankenwelt des Kameramanns und des Regisseurs und deine recht hart aufeinander getroffen sind. Das hat sie im Grunde auch ausgemacht. Das hat das ganze Ding auch interessant gemacht, dass da jemand war, der dem typischen gesellschaftlichen Paradigma entspricht. Also, dass da eben jemand war, der eben diese übliche Denkweise der Gesellschaft hat. Und der hat mir dann eben auch dementsprechend die Fragen gestellt. Und ich glaube, sehr viele Menschen haben sich mit dem Fragesteller hier identifizieren können. Das hat das Ganze, glaube ich, so spannend gemacht. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr die Gelegenheit habt, das Video mal anschauen. Auch wenn es etwas länger ist, ist es sehr, sehr unterhaltsam. Magst du denn irgendwas über deine Zukunftspläne aktuell verraten oder machst du gar keine Pläne? Doch, selbstverständlich mache ich Pläne. Nur, ja, diese Pläne, ich habe es in einem vorigen Podcast schon erwähnt, diese Pläne sind auf 15 bis 20 Jahre ausgelegt. Und ich meine, die, die mir folgen, wissen ja, dass ich das Bildungssystem optimieren möchte, dass ich für Chancengleichheit kämpfe. Und die Pläne, die ich geschmiedet habe, beziehungsweise die Strategien, die ich dafür ausgearbeitet habe, die sollen genau das bewerkstelligen. Ja, das sind aber Pläne auf 15, 20 Jahre, also langfristig. Wie oft wurdest du angefragt für den Bachelor? Ich wurde noch nie angefragt. Es haben mich, nö, ich wurde noch nie angefragt. Mir haben sehr viele das vorgeschlagen, beziehungsweise haben mir geschrieben, dass ich der neue Bachelor sein soll. Aber angefragt wurde ich noch nie. Wäre das was für dich? Nö, das wäre nichts für mich. Das ist eine Art von Format. Sorry, aber das gehört zur Kategorie Verblödung. Und für das habe ich keine Zeit. Für das nehme ich mir keine Zeit. Steht bei dir Karriere und Privates auf einer Ebene? Oder ist Karriere deutlich höher oder Privates weiter höher? Nö, steht bei mir genau auf der gleichen Ebene. Also ich trenne das, privat und geschäftlich. Und der private Bereich ist für mich unglaublich wichtig, denn das ist mein Rückzugsort. Das ist der Ort, an dem ich Energie tanken kann. Deswegen gebe ich auch über mein Privatleben so gut wie nichts Preis. Denn das ist so meine Höhle, die mir heilig ist. Sehr gut, und dann machst du alles richtig. Achtest du darauf, dass du genug Pausen hast? Ja, definitiv. Es ist wie beim Fußballspieler, der könnte jetzt auch nicht das Tempo einer WM das ganze Jahr durchhalten. Der braucht auch dann nach der WM eine Pause, also vor der WM und nach der WM ein bisschen Zeit zum Relaxen, zum Abschalten. Und bei mir ist es genauso. Also es gibt Monate, wo ich wirklich 101 Prozent gebe und nicht wie gewöhnlich 80. Und speziell in solchen Monaten brauche ich, so meine zwei, drei Tage fliege ich irgendwo hin, kein Handy mit, kein Laptop mit, gar nichts. Das brauche ich, um meinen Energieakku wieder aufladen zu können, damit ich dann wieder zu 100 Prozent fokussiert bin, zu 100 Prozent konzentriert bin und mein Energieakku eben wieder komplett aufgeladen ist. Oskar Karem, für mich einer der motivierendsten Österreicher. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in der Web Talk Show. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das sein wird, für euch da draußen gilt. Die Welt ist ein wunderschöner Ort. Bitte sorgt dafür, dass es so bleibt. Bis morgen. Willst du wissen, warum du aktuell dort stehst, wo du bist? Schau in den Spiegel, er zeigt dir den Grund. Bis morgen.